In diesem Video zeige ich dir, wie du bei WhatsApp eine Gruppe verlässt. Und zwar bist du vielleicht in einer Gruppe gelandet, in der du gar nicht sein möchtest oder das Ereignis ist bereits vorbei. Dazu drückst du einmal auf die entsprechende Gruppe und drückst hier oben auf den Gruppennamen. Hier siehst du dann alle Leute, die in der Gruppe sind und du siehst unter anderem auch Beschreibung etc. Unter den Teilnehmern findest du hier den Punkt Gruppe verlassen. Wenn du hier also hinaufdrückst, dann bist du aus der Gruppe raus, bekommst aber auch keine Meldung mehr über neue Nachrichten von den Leuten, die noch in der Gruppe sind. Wenn wir hier jetzt einmal raufdrücken, dann fragt er uns nochmal, ob wir wirklich die Gruppe verlassen wollen oder ob wir sie nur archivieren wollen. Wir möchten jetzt aber die Gruppe verlassen, deswegen wählen wir hier Verlassen aus. Wie bereits erwähnt, siehst du nach dem Austritt aus der Gruppe keine neuen Nachrichten mehr und du siehst auch nicht mehr, wer vielleicht neu zu der Gruppe hinzugefügt wird. Wenn dich die Gruppe aber sowieso genervt hat oder sich wie gesagt das Ereignis erübrigt hat, dann ist dies ein guter Weg. Jetzt kannst du hier noch die Gruppe löschen, indem du sie einmal gedrückt hältst und auf den Mülleimer klickst. Das bestätigst du jetzt noch einmal, du kannst sogar noch alle Medien aus der Galerie des Telefons löschen, die hier in dieser Gruppe empfangen wurden und dann ist die Gruppe auch schon weg. Das ist die Gruppe auch schon weg. Das ist die Gruppe auch schon weg.